18 Kilometer mit 20 Hindernissen Die große Challenge Rosarius Next Top Athlet 18 Kilometer mit 20 Hindernissen Rosarius Next Top Athlet Willkommen zur heutigen Ausgabe von Rosarius Next Top Athlet Wieder trainieren unsere Sportler für die große Challenge und der Tag der Entscheidung rückt immer näher. Noch ein bisschen halten, ein bisschen höher mit den Knien, komm. Jetzt bin ich als enger hier. Okay, jetzt mal ganz kleine. Die Arme nicht vergessen. Okay, wir laufen weiter. Natürlich sind auch Dehnübungen wichtig. Doch Dehnen kann auch anstrengend sein. Zwei, komm. Jawohl. Und Beschleunigung, komm Arme mitnehmen. Kleine Schritte, jeder fünf Stück. Zweite Runde. Juchu. Nächste. Okay, Runde drei, komm. Noch kleinere Schritte, komm noch kleinere Schritte. Und die letzte. Und Vollgas, komm. Das ist doch ein nettes Aufwärmen gewesen. Nachdem sich die Gruppe warm gemacht hat, werden sie von Rosario natürlich ein bisschen härter herangenommen. Das ist doch ein nettes Aufwärmen gewesen. Die Gruppe um Rosario strengt sich an. Das muss man ihnen lassen. Das ist doch ein nettes Aufwärmen gewesen. Das ist doch ein nettes Aufwärmen gewesen. Jawoll, das ist eine schöne Übung, auch koordinativ anspruchsvoll. Ich lächle immer. Mein Krimis Gesicht ist ein Lächeln. Ich soll immer lächeln. Was für ein Lächeln denn? Ist das ja witzig, was wir machen? Wir wollen ankommen, oder? Aber mit einem Lächeln. So, reicht das jetzt? Schon fast langweilig vor lauter Lächeln. Das ist ein Lächeln. Das war ein bisschen zu hoch für dich, aber schaust du. 2x10, komm. Wer Tough Mudder bestehen will, muss mitziehen bis zum Ende. Sonst wird das leider nichts mit den 18 Kilometern mit 20 Hinderrissen. 2x10, komm. 2x10, komm. 3x10, komm. 3x10, komm. Jawoll, zauber. Nimm den Schwung mit, sehr gut. Und Schwung, jawoll. Komm, stell dich an. Schaffst du? Klar. Nur hin? Ja, nur hin erstmal. Jawoll. Komm, schaffst du. Ja, ist egal, so wie du einfach rüberkommst. Egal. Das ist völlig egal wie. Ja, machen wir. Das ist mir auch... Jawoll, okay. Nächste, genauso wie sie es vorgemacht hat. Okay, also einfach dann hier praktisch. Ihr könnt das auch so machen, aber so ist es natürlich schwieriger. Wenn ihr die Armkraft habt, euch hier hochzuziehen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr ziehen, könnt ihr drehen, dann könnt ihr so rüber, das ist eigentlich voll nicht wurscht. Das war die heutige Ausgabe von Rosarios Next Top Athlet. Schaltet nächste Woche wieder ein. Da geht es natürlich wieder weiter mit dem schweißtreibenden Training für die große Challenge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. an. Auf Wiedersehen. Ab myself, Das war eine Folge aus Rosarios Next Top Athlet, der harte Weg zu Tough Mudder. Klick beim nächsten Mal wieder rein oder abonniere den Kanal. Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst, dann folge der eingeblendeten Website. Untertitelung des ZDF, 2020